Die Polizei erschien vor Justin Biebers Behausung in West Hollywood, aber diesmal gab es keinen Ärger für Bieber. Der 20-jährige Sänger oder besser gesagt seine Gefolgschaft rief die Polizei, nachdem Fans vor seinem Apartment warteten. Wenn man bedenkt, dass der kanadische Superstar mehr als 53 Millionen Follower auf Twitter hat, dann standen eigentlich gar nicht so viele vor der Tür. Deswegen gleich die Polizei zu rufen, war etwas übertrieben. Aber JB ließ seine Fans natürlich nicht ganz links liegen. Nach alter Bieber-Manier rollte er das Fenster herunter und posierte ein bisschen. Und diesen Bildern nach zu urteilen, scheint Biebers einzige Sorge zu sein, dass er mit Küssen attackiert wird.